Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter Vorbemerkung Der selige Dr. Karl Ferdinand Wilhelm Walter pflegte außer den gewöhnlichen Vorlesungen, die er als Professor der Theologie am Concordia-Seminar zu St. Louis vor den betreffenden Klassen hielt, noch vor der ganzen Studentenschaft der Anstalt außerordentliche Abendvorträge zu halten über besonders wichtige Stücke der praktischen oder auch didaktischen Theologie. So hat er eine Reihe von Abendvorträgen gehalten, zum Beispiel über die Inspiration der Heiligen Schrift, über die Wahrheit der christlichen Religion, über geheime Gesellschaften, über die Rechtfertigung, über die Gnadenwahl und Rechtfertigung, über großes Bekenntnis vom Heiligen Abendmahl. Über den so überaus wichtigen Gnadenstand, der in diesem Büchlein behandelt wird, nämlich den Unterschied von Gesetz und Evangelium, hat der selige Doktor zwei Serien von Abendvorlesungen gehalten. Das erste Mal geschah es im Jahre 1878, in zehn Abendvorlesungen, nach Anleitung von 13 von ihm aufgestellten Thesen. Das zweite Mal in den Jahren 1884 und 1885, in 39 Vorlesungen, an der Hand von 25 Thesen. Was nun in diesem Büchlein behandelten Gegenstand selbst betrifft, so ist es kaum nötig, darauf hinzuweisen, wie überaus wichtig die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, nicht nur für die Prediger, sondern für die Zuhörer ist, um des Gnadenstandes gewiss zu machen und zu werden. Sagt doch der hoch erleuchtete Mann Gottes Luther davon. St. Pauli Meinung ist diese, dass in der Christenheit soll beides von Predigern und Zuhörern ein gewisser Unterschied gelehrt und geschaffen werden zwischen dem Gesetz und Evangelium, zwischen den Werken und dem Glauben. Dass der selige Walter auch in diesem Stücke ein gar herrliches Licht empfangen hatte vom Heiligen Geist und daher wohl als ein gottbegnadeter Lehrer in der so sehr schwierigen Frage über die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium auftreten konnte, kann niemand leugnen, der Gottes Gaben erkennt. Er selbst freilich hielt sich dazu für viel zu gering und unfähig und bekannte mit Luther von dieser Sache. Kein Mensch auf Erden ist, der da kann und weiß, das Evangelium und Gesetz recht zu unterscheiden. Wir lassen es uns wohl dünken, wenn wir hören, predigen. Wir verstehen's. Aber es fehlt weit. Allein der Heilige Geist kann diese Kunst. Ich hätte auch wohl gemeint, ich könnte es, weil ich so lang und so viel davon geschrieben habe. Aber wahrlich, wenn's ans Treffen geht, so sehe ich wohl, dass mir's weit, weit fehlt. Gewisslich werden diese Vorlesungen, welche einen überaus reichen Schatz himmlischer Weisheit zur Seligkeit enthalten, wie sie einst den Hörern derselben für ihre Person von großem Segen und ein reichlich quellender, frischer Born für ihre Amtswirksamkeit waren, auch nun, nachdem der gottbegnadete Mund des teuren Lehrers verstummt ist, sowohl Predigern wie Zuhörern eine reiche Segensquelle sein. Möchten nur viel Tausende von diesem Born schöpfen und trinken, sie werden's nicht bereuen, sondern für diese köstliche Gabe danken. Das walte Gott. St. Louis, den 11. Januar 1893 Die Thesen Gesetz und Evangelium Thesis 1 Der Lehrgestalt der ganzen Heiligen Schrift, sowohl des Alten als des Neuen Testaments, besteht aus zwei voneinander grundverschiedenen Lehren, nämlich dem Gesetz und dem Evangelium. Thesis 2 Ein reiner Lehrer ist nur derjenige, welcher nicht nur alle Artikel des Glaubens schriftgemäß darlegt, sondern auch Gesetz und Evangelium recht voneinander unterscheidet. Thesis 3 Gesetz und Evangelium recht zu unterscheiden, ist die schwierigste und höchste Schriften- und Theologenkunst, die allein der Heilige Geist in der Schule der Erfahrung lehrt. Thesis 4 Die rechte Erkenntnis von dem Unterschied des Gesetzes und Evangelium ist nicht nur ein herrliches Licht zu rechtem Verstand der ganzen Heiligen Schrift, sondern ohne jene Erkenntnis ist und bleibt dieselbe ein fest verschlossenes Buch. Thesis 5 Die erste und zwar die offenbarste und gröbste Art und Weise der Vermischung von Gesetz und Evangelium ist, wenn man wie die Papisten und Rationalisten tun, Christus zu einem neuen Moses oder Gesetzgeber und so das Evangelium zu einer Werkslehre macht, hingegen wie die Papisten, die verdammt und verflucht, welche das Evangelium als eine Botschaft freier Gnade Gottes in Christus lehren. Wie manche Sorkinianer wie manche Sorkinianer und Rationalisten tun, Christus zu einem neuen Moses oder Gesetzesgeber und so das Evangelium zu einer Werkslehre macht und so das Evangelium zu einer Werkslehre macht, hingegen wie andere auch, gleichzeitig, die verdammt und verflucht sind, das Evangelium als eine Botschaft freier Gnade Gottes in Christus lehren. Thesis Nummer 6 Gottes Wort wird zweitens nicht recht geteilt, wenn man das Gesetz nicht in seiner ganzen Strenge, das Evangelium nicht in seiner vollen Süßigkeit predigt, sondern in das Gesetz Evangelisches und in das Evangelium Gesetzliches mengt. Thesis Nummer 7 Gottes Wort wird drittens nicht recht geteilt, wenn man erst das Evangelium und dann das Gesetz predigt, erst die Heiligung und dann die Rechtfertigung, erst den Glauben und dann die Buße, erst die guten Werke, und dann die Gnade. Thesis Nummer 8 Gottes Wort wird viertens nicht recht geteilt, wenn man das Gesetz den schon über ihre Sünden erschrockenen oder das Evangelium den in den Sünden sicheren verkündigt. Thesis Nummer 9 Gottes Wort wird fünftens nicht recht geteilt, wenn man die vom Gesetz getroffenen und erschreckten Sünder, anstatt sie auf Wort und Sakrament zu weisen, anweist, durch Beten und Kämpfen sich in den Gnadenstand zu erringen, nämlich so lange zu beten und zu kämpfen, bis sie fühlen, dass sie Gott begnadigt habe. Thesis Nummer 10 Gottes Wort wird sechstens nicht recht geteilt, wenn man vom Glauben entweder so predigt, als ob das Tote für Wahrhalten selbst trotz Todsünden vor Gott gerecht und selig mache, oder also, als ob der Glaube um der Liebe und Erneuerung willen, die er wirkt, rechtfertige und selig mache. Thesis Nummer 11 Gottes Wort wird siebtens nicht recht geteilt, wenn man nur diejenigen mit dem Evangelium trösten will, welche durch das Gesetz Reue haben, nicht aus Furcht vor Gottes Zorn und Strafe, sondern aus Liebe zu Gott. Thesis Nummer 12 Das Wort Gottes wird achtens nicht recht geteilt, wenn man also lehrt, als ob die Reue neben dem Glauben eine Ursache der Sündenvergebung sei. Thesis Nummer 13 Gottes Wort wird neuntens nicht recht geteilt, wenn man den Glauben so fordert, als könne der Mensch sich denselben selbst geben oder doch dazu mitwirken, anstatt denselben durch Vorlegung der evangelischen Verheißungen selbst in das Herz hinein zu predigen zu suchen. Thesis Nummer 14 Gottes Wort wird zehntens nicht recht geteilt, wenn man den Glauben fordert, als eine Bedingung der Rechtfertigung und Seligkeit, als ob der Mensch nicht allein durch, sondern auch wegen des Glaubens, um des Glaubens willen und in Ansehung des Glaubens vor Gott gerecht und selig werde. Thesis Nummer 15 Gottes Wort wird elftens nicht recht geteilt, wenn man das Evangelium zu einer Bußpredig macht. Thesis Nummer 16 Gottes Wort wird zwölftens nicht recht geteilt, wenn man so predigt, als ob schon die Ablehnung gewisser Laster und die Ausübung gewisser Werke und Tugenden eine wahre Bekehrung sei. Thesis Nummer 17 Gottes Wort wird dreizehntens nicht recht geteilt, wenn man die Gläubigen so beschreibt, wie sie nicht alle und nicht immer sind, sowohl was Stärke des Glaubens als was das Gefühl und die Fruchtbarkeit desselben betrifft. Thesis Nummer 18 Gottes Wort wird vierzehntens nicht recht geteilt, wenn man das allgemeine Verderben der Menschen so beschreibt, als ob auch die wahrhaft Gläubigen in herrschenden und mutwilligen Sünden lebten. Thesis Nummer 19 Das Wort Gottes wird fünfzehntens nicht recht geteilt, wenn man so predigt, als ob gewisse Sünden schon an sich nicht verdammlich, sondern an sich lässig sein. Thesis Nummer 20 Das Wort Gottes wird sechzehntens nicht recht geteilt, wenn man die Seligkeit an die Gemeinschaft mit der sichtbaren rechtsgläubigen Kirche bindet und jedem in irgendeinem Glaubensartikel Irrenden die Seligkeit abspricht. Thesis Nummer 21 Das Wort Gottes wird siebzehntens nicht recht geteilt, wenn man lehrt, dass die Sakramente heilskräftig wirken. Thesis Nummer 22 Das Wort Gottes wird achtzehntens nicht recht geteilt, wenn man zwischen Erweckung und Bekehrung einen falschen Unterschied macht und nicht glauben können mit nicht glauben dürfen verwechselt. Thesis Nummer 23 Das Wort Gottes wird neunzehntens nicht recht geteilt, wenn man die Unwiedergeborenen durch die Forderungen oder Drohungen oder Verheißungen des Gesetzes zur Ablehnung der Sünden und zu guten Werken zu bewegen und also fromm zu machen. Die Wiedergeborenen aber, anstatt sie evangelisch zu ermahnen, durch gesetzliches Gebieten zum Guten zu nötigen sucht. Thesis Nummer 24 Das Wort Gottes wird zwanzigstens nicht recht geteilt, wenn man die unvergebliche Sünde in den Heiligen Geist so beschreibt, als ob dieselbe wegen ihrer Größe unvergeblich sei. Thesis Nummer 25 Das Wort Gottes wird einundzwanzigstens nicht recht geteilt, wenn man in seiner Lehre nicht das Evangelium im Allgemeinen vorherrschen lässt. Das Wort Gottes wird einundzwanzigstens sondern es wird einundzwanzigstens sondern es wird einundzwanzigstens Vorjuszehschen. Das Wort Gottes wird einundzwanzigstens und die 某 die das nicht recht geteilt, gesetzert, weil wir von von we von zu Z von aus